Haben Sie es mitbekommen? Ach so, die politiknegierende Bürgermeisterin, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, so rum Franziska Giffey heißt sie, hat doch bekannt gegeben, dass es bei der Bundestagswahl und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2021 in Berlin zu Pannen gekommen ist und Falschinformationen und Falschresultaten und dass deswegen die gesamte Aufarbeitung und kritische Begleitung dieser Umstände komplett in Frage gestellt ist und deswegen sollten auch alle seither gesendeten Matthias-Richtling-Shows nochmal neu formuliert und wiederholt werden. Hier ist die erste, kommen Sie mit. Von wegen, liebe Zuschauer, die Politik wiederholt sich vielleicht vor allem in ihren Fehlern. Wir machen alles neu. Herzlich willkommen zur Matthias-Richtling-Show, weil wir wissen, dass der Mensch sich täglich ändert, zumindest in seiner Meinung. Deswegen ist ja auch eine Wahlwiederholung völlig sinnlos, weil eine Wiederholung der Wahl muss ja wiederholen, was vor einem Jahr war. Da muss Putin den Krieg nochmal zurückdrehen, es müsste Corona nochmal voll ausbrechen, es dürfte keine Wut geben über die damals Gewählten. Also das müsste man alles ausblenden. Sämtliche Entscheidungen seit 2021 müssten zurückgenommen werden, die Diäten müssten zurückbezahlt werden. Ja, sonst wäre es ja keine Wiederholung. Stellen Sie mal vor, Sie haben 2021 Giffey gewählt. So, dann verpassen Sie jetzt eine Uhrfeige und wählen Sie nicht. Ja, aber bei einer Wahlwiederholung dürften Sie ja gar nicht wissen, was Giffey nach der Originalwahl alles falsch gemacht hat. Da wäre die Wiederholung der Wahl und die Uhrfeige wäre im Grunde ungerecht, weil Sie aus der Vergangenheit seit 2021 urteilen würden, was die Zukunft mit Giffey gebracht hat. Gegen so viel Schizophrenie klebt sich kein Aktivist an einen Picasso. Ja, liebe Freunde, liebe Aktivisten, wir haben ja gerade wahnsinnig viele Probleme mit Ukraine und Putin und Gas und Energie. Da kommt sie jetzt noch immer daher mit dem Klima. Das Klima ist ja Millionen alt mit Eiszeiten und Meteoriten und mit Vulkanen. Ja, müsste das Klima jetzt ausgehend heuer noch auftischen. Ihr sollt ja protestieren. Aber der Protest muss halt immer auch zielführend sein. Ja, und das 1,5-Grad-Ziel, das wird ja nicht erreicht durch Kartoffelbrei auf Monet. Nee, da denken doch normale Museumsbesucher, ach, da ist was faul jetzt mit dem Gemälde, mit dem Bild, mit dem Maler, mit dem Museum, mit den Farben. Da geht er nach Hause, schmeißt alle Bücher weg über Monet und Picasso und lässt seine Kinder nicht mehr in Malunterricht. Und wenn die ihm dann selbstgemachte Gemälde schenken zu Weihnachten, dann schmeißt er es in die grüne Tonne. Das muss doch nicht sein. Ja, 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 der Klimawandel ist natürlich dramatisch. Das sieht man ja an euch, an der letzten Generation. Da ist ja das Hirn durch die Sonneneinstrahlung dermaßen ausgebrannt. Na ja, komm, sich auf die Straßen setzen und den Verkehr stoppen fürs Klima. Wo man weiß, dass stundenlang stehende Autos mehr CO2 raushauen, wie wenn man einfach losfährt. Das ist schon saublöd. Gut, man kann sagen, ihr seid jung und ich, also, ich war auch immer, na, eben nicht. So jung wie ihr war ich ja nie. Weil die Straßen zu verkleben und die Bilder zu verkleben, ja, und dann mit der Forderung, die hören wir da auf, wenn wir das 9-Euro-Ticket kriegen oder die 100 Kilometer auf Autobahn. Wenn wir euch nachgeben, da kommt es ja doch als Nächstes und sagt, wir kleben uns nur dann nicht mehr an den Picasso. Wenn wir ein Pokémon kriechen oder Gummibärchen. Das ist einfach Kindergarten. Das ist nichts Erwachsenes. Wenn ich da denke an die 80er-Jahre-Demonstration. Da, ich habe da jedes Mal aktiv zugeschaut, ja. Da waren die Jugendlichen erwachsen, haben die sich in den Dreck gesetzt von Wackersdorf. Haben sich an die Schienen gekettet, um die Atomtransporte zu stoppen. Das war körperlicher Einsatz. Ihr setzt euch ins warme Museum, bringt noch Essen mit. Kartoffelbrei mit Tomatensauce. Das ist ja, euer Protest soll nicht viel Mühe machen. Statt dass ihr euch setzt in die Tagebaugruben, ja, verratzt reinsetzt da, das ist, haut ihr euch ins warme Museum. Ja, gut, ein paar waren in Bayern im Knast, ja, kalt war es da auch nicht. Ja, 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 ihr seid verwöhnt. Und wenn ihr euch weiter auf Straßen klebt und an Bilder, dann gibt es für uns nur eines, weil ihr wie die Verrückten ja seid. Wir müssen die ganzen Psychiatrien für euch verlagern in die Nationalgalerien. Ja, und die ganzen Kunstwerke kommen in die Klapsmühlen. Und statt Windräder und Photovoltaik und Atom gibt es bei diesen ganzen blockierten Autobahnen nur noch eines. Der Ausbau von Flugtaxis. Und der Angriff auf die Kultur des Klimawandels wächst sich ja weltweit aus zu einem Angriff auf die Kultur insgesamt. Das Begleitprogramm zur WM erinnert uns jeden Tag, wie unsere Kultur, der Gleichheit, der Demokratie, der Allgemeinheit, der freien Wahlen mit Füßen getreten werden, wo andere nur die Füße am Ball sehen wollen. Der WM-Botschafter Khaled Salman ist hier für eine Rechtfertigung. Ah, da sind Sie ja schon, Herr Salman, bitte, nehmen Sie doch Platz. Herr Salman, viele Anliegen des Westens verstehen Sie ja gar nicht, wie wir gemerkt haben. Und noch einmal, das ist umgekehrt. Viele Anliegen von uns, der Westen, versteht nicht. Ah, nun haben Sie neulich in einem Interview gesagt, Homosexualität sei eine Schande und ein geistiger Schaden. Aber wo ist das Problem? Ja, dass Sie gleichfalls gesagt haben, Homosexuelle würden in Katar bestraft mit Peitschnieben und Gefängnis. Aber wie wollen Sie sonst umgehen mit einem Haram, mit einem Sunde? Wenn Sie absurderweise sagen, Homosexualität sei ein geistiger Schaden. Genau. Dann sehen Sie sie ja als Krankheit. Genau. Gegen eine Krankheit gehen Sie vor mit Peitschnieben? Wenn Homosexuelle ihre Krankheit benutzen, um Lust aus ihren geistigen Schaden zu ziehen, dann machen sie aus ihrer Krankheit einen Sünde und dann ist das der richtige Weg. Sie ignorieren ja Menschenrechte auf ziemlich drastische Weise. Weil wir es uns leisten können. Unsere WM hat 220 Milliarden gekostet. Das ist die teuerste WM aller Zeiten. Ihre WM, Sie haben eine in Deutschland gehabt, 2006 gewesen. Da hat nur 2% gekostet von unserer WM. Das heißt, unsere Welt ist reich und normal. Natürlich, es gibt Welten, die sind nicht reich und normal und können sich nicht unseren Menschenrechten leisten. Was sind für Menschenrechte bei Ihnen? Aussortieren von Kranken und Maroden und Debilen und Perversen und Homosexuellen. Sie in Deutschland, Sie haben hohe Verschuldungen, Sie haben hohe Kosten, Lohnen und haben hohe billige WM gehabt. Und Sie können sich hohe Verschuldungen nicht leisten. Sie müssen sich zufrieden geben, machen dann noch mit Menschenrechten wie Gleichstellung von Perversen und von Frauen. Für den Luxus, diese Gruppen auszuschließen, fehlt Ihnen das nötige Kleingeld. So, ich breche das Gespräch an dieser Stelle ab. Obwohl man zugeben muss, dass auch bei uns das Menschenrecht der freien Wahl sich manchmal erübrigt, wenn wir an die Bundestagswahl und Berlin und an die Wahlwiederholung denken. Franziska Giffey wird uns dazu ein paar Sachen erläutern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Berliner regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, kann ich Ihnen die großartige Mitteilung machen, dass die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus 2017 und 2012 nicht wiederholt werden müssen. Dass die entsprechenden Wahlen 2021 wiederholt werden sollen, ist wahrscheinlich auch der Wut der Kontrolleure geschuldet, weil sie bei den Wahlen 2017 und 2012 gar keine Unregelmäßigkeiten gefunden haben. Ich akzeptiere aber trotzdem die Entscheidung des Gerichtes. Aber ich wiederhole, dass ich nicht gelten lassen kann, dass die Wahlen schlecht vorbereitet gewesen wären. Denn zu wenig Wahlkabinen und falsche Stimmzettel und gesperrte Straßen zu den Wahllokalen wegen ihr eigens für die Wahl einberufenen Marathons sind eine ganz hervorragende Vorbereitung. Weil sie nämlich den Bürgern der Stadt jetzt die Möglichkeit geben, noch einmal nach der Wahl in einer Wiederholung ihre Zustimmung und ihre Kritik zu den Gewählten zum Ausdruck zu bringen. Und darum beneiden uns alle Bundesbürger. Und deswegen wiederhole ich es nochmal, wenn das Landesverfassungsgericht hier systemische Fehler angemahnt hat, dann ist das ganz, ganz positiv, weil eine Gesellschaft braucht Straftaten und Einbrüche und Diebstähle und Überfälle, damit sie beweisen kann, dass der Rechtsstaat am Laufen ist. Und insofern war ganz, ganz wichtig die Aufdeckung der Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, damit der Bürger nicht fragt, ob hier gar nicht kontrolliert wird. Denn dass alle Wahlen seit 1949 ganz reibungslos abgelaufen sind, das ist menschenunmöglich. Und deswegen wiederhole ich nochmal, ohne Versagen könnte die Demokratie nicht beweisen, dass sie funktioniert. Und dafür danke ich mir. Mit so einem Versagen der Demokratie können wir natürlich einem Land wie Katar viel glaubwürdiger klarmachen, wie Demokratie und Gleichheit, Allgemeinheit, freie Wahlen, Gerechtigkeit funktionieren. Weil wir selbst immer wieder daran scheitern. Der trockene Alkoholiker kann dem Trinker ja viel glaubwürdiger klarmachen, dass er nicht mehr saufen soll, weil er selbst es nicht von oben herab tut, sondern aus der Gosse des Sufs auch kommt. Wir haben in Berlin die freien Wahlen in die Gosse geritten, nicht wahr? Und zeigen Katar, auch bei uns funktioniert Demokratie nicht so, wie wir sie von anderen fordern. Aber wir machen was draus. Auch bei uns können eigenwillige Meinungen fast zum Ausschluss aus einer Partei führen. Aber die Partei macht etwas draus und lässt trotzdem den Wähler zum Beispiel einen eigenwilligen Boris Palmer zum Wahlsieger machen. Ja gut, also sehr verehrte Zuschauer und Wähler. Mit überbordender Genugtuung können wir festhalten, dass die Bilanz der letzten Zeit grün ist. Das war eine Ohrfeige für Sie. Durch das Bewusstsein der Existenz von Klima als DNA der Grünen war es möglich, bei der Weltklimakonferenz in Ägypten nichts zu entscheiden. Was ein ungeheurer Erfolg ist, wurde dadurch verhindert, einen Rückschritt einzuleiten hinter die Klimakonferenzen von Glaskow und Paris. Und deshalb... Ja, eine solche Ohrfeige war das für Sie. Strobel, was haben Sie eigentlich da oben mit Ihrer Ohrfeige? Ja, ja, für das, was Sie in Ägypten bei der Weltklimakonferenz nicht geleistet haben, wurden Sie im Kleinen abgestraft durch einen von Ihnen, der durch radikale grüne Politik eine Wahl haushoch gewonnen hat. Ja, und gegen den Sie ein Parteiausschlussverfahren am Laufen haben. Wer soll denn das bitte sein? Palmer, Boris Palmer. Der hat Sie bei der Oberbürgermeisterwahl in Tübingen Sack und Asche gestellt. So war das. Ja, ja, ich habe mich todlachen können. Wo ist denn der Palmer? Radikal grün, das können Sie mir mal sagen. Der hat in Tübingen viermal so viel CO2-Reduktion wie Sie in ganz Deutschland mit Ihnen in der Regierung. Deutschland ist auch 4000 Mal größer wie Tübingen. Ja, ja, und er hat zum Beispiel eine Solarpflicht für Neubauten. Und wir haben eine Neubaupflicht für Solaranlagen. Straßenbeleuchtung hat er auf LED gesetzt, so. Ach, Sie wissen ja gar nicht, was LED heißt. Busfahren ist in Tübingen am Samstag kostenlos. Dann fahren Sie doch in Tübingen am Samstag Bus. Und er plant, statt Straßenlicht Bewegungsmelder einzuführen. Und warum gibt er den Bürgern nicht gleich Taschenlammen in die Hand? Das täte mich interessieren. Ja, lenken Sie nicht ab. Sie wollen ihn nur aus der Partei haben, weil er den Erfolg hat, den Sie nicht mal haben beibringen können in der Weltklimakonferenz. Das ist der wahre Grund, Herr Kretschmann. Dann nehmen Sie ihn doch, wenn Sie ihn so toll finden. Wir haben ihn schon. Wir haben bei der Oberbürgermeisterwahl in Tübingen keinen Kandidaten aufgestellt von der CDU. So, jetzt wissen Sie es. Und warum geben Sie ihn dann kein Partei-Einschluss-Verfahren? Weil er CDU-Anliegen besser bei den Grünen vertritt, wenn er da bleibt. Natürlich nur. Also, das ist jetzt wirklich ein Grund für Palmers endgültigen Ausschluss. Jetzt reicht es mir total. Das macht nichts. Denn um CDU-Anliegen zu vertreten bei den Grünen, haben wir da immer noch unser bestes trojanisches Pferd. Wer soll das denn sein, Herr Kretschmann? 15 Mal dürfen Sie raten. Ja, bei Boris Palmer hat es eben nicht geklappt, dass man ihn vor dem Wähler deformiert als Rassisten, nur weil er einen diskriminierenden Satz eines anderen nochmal in Facebook als ironische Bemerkung zitiert hat. Wenn die Grünen weniger FIFA-mäßig mit Rauswurf und Sanktionen drohten, falls sich einer nicht führungskonform verhält, hätten sie auch die Einschaltquote von Boris Palmer. Denn eigene Meinung, die nicht beleidigt, aber oft sehr sarkastisch sein muss und nicht auf Linie getrimmt ist, ist das wahre mentale Bürgergeld, das Parteien ihren Vertretern einräumen müssen. Ja gut, also, liebe Mitbürger und Mitbürger, ein Jahr Ampel in Deutschland unter der Dominanz von uns Grünen in der Regierung haben das Land nicht nur klimatisch, sondern auch sozial in höchste Höhen geführt. Was kommt denn jetzt wieder? Durch uns Grüne in der Regierung wurde die Aufwertung des Bürgers vorangetrieben, vorangetrieben, indem wir endlich Hartz IV durch das Bürgergeld ablösen. Und dann... Da haben wir von der CDU in aber kräftig die Suppe versalzen. Bitte, bitte. Das Bürgergeld kommt genauso, wie wir Grüne es in etwa schemenhaft PAP uns ausgedacht haben. Eine Einbildung haben Sie. Wir von der CDU haben das Schonvermögen herabgesetzt von 60.000 oder 40.000. So war es doch, ja. Welcher Bürgergeldler hat schon 60.000? Sie sind ja naiv. Wir haben es limitiert auf ein Jahr statt zwei Jahre. Das waren wir von der CDU, ja. Ja, wer keine 60.000 hat, braucht auch nicht zwei Jahre zum Schonen. Ach, Herr Kretschmann, wir haben Sie doch zerpflückt. Sie wollten erst Sanktionen haben. Nach sechs Monaten wollten Sie die haben. Wir haben Sie zerpflückt. Strobel, es ist eine Frage des Vertrauens. Es ist eine Frage des Vertrauens. Es fördert das schlechte Gewissen einfach besser, je länger jemand ohne Gegenleistung Hilfe in Anspruch nimmt. Was aus welchem Poesiealbum haben Sie das denn abgeschrieben? Das muss ich mir direkt. Es geht um ein neues Menschenbild. Nach Ihrer CDU-Ansicht ist der Arbeitssuchende ja von vornherein schon erst einmal faul. Nein, aber er wird von Ihnen faul gemacht. So ist es. Es reicht es. Was reicht? Sanktionen, die wir durchführen bei denen, die Hartz IV betrügen, sind gerade mal drei Prozent. Drei Prozent? Ach. In Deutschland gibt es 1,5 Millionen Diebstahlsfälle. Das sind noch nicht einmal 1,8 Prozent. Wollen Sie da eine Rolle strafen für die Diebstähle abschaffen oder wie oder was? Seien Sie mal konsequent, Herr Kretschmann. Das ist doch wirklich... Genau das Gleiche. Wer soziale Gelder ausnimmt, der begeht auch Diebstahl. Komm. Ja. Ja. Da fällt Ihnen nichts mehr ein. Der Mensch ist ein potenzieller Dieb. Ich habe es verstanden. Ja. Wenn Sie es nur einsehen. Je mehr man den Menschen gibt, umso mehr wollen Sie. Und je mehr Sie haben, umso weniger geben Sie ab. Dem Penner auf der Straße gibt der reiche Manager nichts. Wohl. Aber die arme Rentnerin. Was sagt Ihnen das denn? Was denn? Was wollen Sie eigentlich? Was denn? Sollen wir den Armen weniger geben, damit Sie nicht mehr wollen? Ja. Die Kruz ist doch, dass Sie Hartz IV eingeführt haben, damit es keine Armut gibt in Deutschland. Das haben Sie damals gesagt. Ja. Das stimmt ja auch. Ja. Und jetzt sagen Sie, wer in Hartz IV ist, der kommt aus der Armut nicht raus. Sagen Sie jetzt. Das stimmt ja auch. Nein. Stimmen tut ja nur. Ohne Hartz IV wäre vielen gar nicht bewusst, dass Sie arm sind. So ist das. Das stimmt. Ach. Struppel! Ja, meine Damen und Herren. Ich möchte gern nochmal zurückkommen auf mich als regierende Bürgermeisterin von Berlin. Franziska Giffey. Ja, und ich würde gerne noch sagen, dass es vor dieser wichtigen Wahlwiederholung nicht zielführend ist, dass dauernd an mir Kritik geübt wird, dass ich zum Beispiel im Oktober in Berlin eine wunderschöne Lichtshow veranstaltet habe und gleichzeitig aber von den Bürgern Berlins bis zu vier Stunden Energiesparen anmahnte. Aber wo hätten wir bei dieser Energieknappheit denn sonst Strom herbekommen sollen für meine wunderschöne Lichtshow, wenn die Bürger nicht sparen? Und gleichzeitig wiederhole ich aber noch mal, dass diese ganze Wahlwiederholung eine wunderbare Belebung der Stadt ist. Denn Bürger sind ja auch umgezogen, auch innerhalb von Berlin. Wenn Sie jetzt aber umgezogen sind aus einem Bezirk, wo die Wahl wiederholt werden muss, in einem Bezirk, wo die Wahl nicht wiederholt werden muss, dann verlieren Sie unter Umständen Ihre Stimme, wenn Sie nicht wieder zurückziehen in den Bezirk, wo die Wahl wiederholt werden muss. Das heißt also, Vermieter können auf diese Weise wunderbar mieten, neu gestalten und Umzugsunternehmen bekommen neue Aufträge. Wohnungen werden neu eingerichtet und tapeziert und möbilliert. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt Investitionen, es gibt Geldflüsse. Das heißt, Stillstand ist ein Fremdwort in dieser Stadt. Und deswegen wiederhole ich noch mal, die Wahlwiederholung ist auch eine ganz wunderbare Resozialisierungsmaßnahme. Da war zum Beispiel dieser Stefan von Dassel, der ist von den Grünen und der ist nach der letzten Wahl Bezirksbürgermeister geworden. Musste aber wegen einer Affäre zurücktreten. Jetzt ist die Wahl neu und dann gilt eben der Zustand von vor der Wahl. Und dann kann Herr von Dassel sich noch mal aufstellen, noch mal Bürgermeister werden und gar keine Schuld mehr haben. Das ist großartig. Und deswegen sage ich auch, ich würde ganz gerne jetzt noch mal schauen, dass ich bei der Wahl 2017 Fehler und Unregelmäßigkeiten finde, damit ich auch noch mal Bundesfamilienministerin werden kann. Was ich ja wegen einer Affäre aufgegeben habe. In Wahrheit habe ich das aber aufgegeben, weil ich die Fehler in Berlin vorausgesehen habe. Und ich wollte sie als Bürgermeisterin ja auch bekämpfen. Ich habe deswegen extra vorausschauend und prophylaktisch und frühzeitig sogar meine Doktorarbeit gefälscht. Also, ich kann für die Bürger Berlins nur eines sagen, durch die Wahlwiederholung entstehen keine Kosten für sie. Denn durch den früher sogenannten Länderfinanzausgleich bekommt Berlin fast 40 Prozent aus dieser Summe. Das heißt, Deutschlands Steuerzahler, so, sind immer da für die Fehler von Berlin. Das sehen Sie, was Ihnen in Ihrem Deutschland hat Demokratie und freie Wahlen angebracht. Wie viel Murks und Chaos. Ach, da sind Sie ja noch, Khalid Salman. Da kann ich von Ihnen ja doch noch ein paar Antworten bekommen zu Ihrem Murks und Chaos in Katar. Welche Murks? Wir haben in Katar, wir haben keine Arbeitslosen, wir haben kein Lohnsteuer. Unsere medizinische Versorgung ist kostenlos. Aber Sie haben viele miserabel behandelte Arbeitsmigranten, Sie verfolgen Minderheiten. Das sind ja mittelalterliche Zustände, wenn ich daran denke, was bei Ihnen verfolgt... Und wie lange hat der Westen gebraucht, um sich loszukommen von seinem Mittelalter? Ja, ich kann es Ihnen sagen, 600 Jahre. Homosexualität war in Deutschland bis 1994 strafbar. Ja, aber wir haben keinen ausgepeitscht. Wissen Sie es? Körperlich vielleicht nicht, aber psychisch auf jeden Fall. Frauen durften nach dem Weltkrieg in Deutschland nicht Auto fahren, sie durften nicht arbeiten, sie durften kein Konto haben, wenn der Mann es nicht erlaubte. Ja, kein Ja! Kein Ja! Dann gönnen Sie uns doch die 600 Jahre, die auch Sie gebraucht haben, sich von Ihrem Mittelalter zu lösen. Bevor auch wir überrannt werden von dem Terror der Gleichberechtigung und der Menschenrechte und der Emanzipation. Emanzipation! Ach, auf das Stichwort habe ich gewartet. Einer Ihrer Freunde hat beim Thema Emanzipation ja unverschleiderte Frauen verglichen mit einer Süßigkeit, die man nur nimmt, wenn sie verpackt ist. Und wenn wir in Katar Frauen brauchen, dann brauchen wir sie zu Hause und dann packen wir sie auch aus. Frauen sind süß und sie sind nützlich und sie gehören zum Hausrat. Deswegen sollen sie ja auch das Haus nicht verlassen. Sie gehen auch nicht raus und nehmen Töpfe und Putzlappen mit und Tisch und Stühle, wenn sie draußen Freunde besuchen und Geschäfte machen. Frauen sind Dinge. Das ist bei Ihnen in Deutschland doch ganz genauso. Ach nein, da waren es Tiere. Wo ist der Unterschied? Ich breche das Gespräch jetzt wirklich ab. Dann sollten Sie bedenken, dass bei Ihnen im Westen in Deutschland die Frauen müssen arbeiten, sie müssen sich aufreizend anziehen, sie müssen schminken, frisieren und hohe Schuhe tragen. Mehr Unterdrückung von Frauen. Wir können uns in Katar nicht vorstellen. Manchmal ist man froh, wenigstens in der deutschen Politik nur Figuren zu haben wie ein Markus Söder. Und Frauen werden bei Ihnen in Deutschland noch beleidigt und nachgeäfft, indem Schwule und Transen und Homosexuelle herumlaufen in langen Kleidern und mit weiten Röcken. Ja, wir brauchen uns jetzt nicht wundern, dass Katar uns da auf der Nase rumtanzt mit unseren Menschenrechten und Werten und unserer Binde und dann die FIFA noch ungezogen einknickt, wenn wir nicht einmal unsere eigenen Kinder ordentlich erziehen und sie Straßen verkleben lassen und Bilder ohne Relation zur Realität. Weil der deutsche Ausstoß von CO2 ist ja zwei Prozent von der ganzen Welt. Da werden aber Straßen besetzt und zugeklebt und Kunstwerke werden aufgetischt mit Sättigungsbeilage, damit die deutsche Regierung schnell das Klima einstellt und ja, die ganze Welt gerettet wird. Ohne zu bedenken, China baut gleichzeitig Hunderte von Kohlekraftwerken. Ja, 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 da kommt halt die alte Hybris in der letzten Generation wieder hoch von der Kolonialzeit. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So ist es. Ja, ja, es ist ja, ja, ihr bekämpft ja nicht einmal Symptome, noch nicht einmal Ursachen. Ja, wenn ich da höre bei der Annabelle, da war eure Sprecherin von der letzten Generation, die Carla Hinrichs, da sagt die, sie hätte eben Angst, dass ihre Kinder, auch noch Kinder, ja, wegen dem Klimawandel verhungern und zugrunde gehen. Ja, liebe Carla Hinrichs, merkst du denn nicht, dass du dadurch erst recht den Klimawandel vorantreibst? Jeder Mensch belastet das Klima ein Leben lang. Wir haben jetzt acht Milliarden Menschen auf der Welt. Und wenn die Carla Hinrichs dann noch welche dazu gebären tut, dann gefährdet das das 1,5 Grad Ziel ja mehr, wie wenn ich ein Leben lang mit meinem SUV durch die Gegend fahre. Was? Ja, ja. Aber, aber, wenn ihr was fürs Klima tun wollt, heißt es für euch eines, sexuelle Aseptik, Sterilisation, Keuschheitsgürtel und Kondome, Kondome, Kondome. Das ist eure Zukunft, ja. Helft mit, die Menschheit zu reduzieren, ja, dann brauchen wir auch keine Windräder, kein Photovoltaik und kein Atom. Wenn ihr aber auch noch weiter Kinder kriegt, dann heißt es ganz klar, dass ihr den wahren, einzigen und geplanten Klimawandel vorantreibt. Das ist eure Scheinheiligkeit. Was? Ja, 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 ja. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht wäre es hilfreich in der ganzen Klimadebatte, wenn wir uns mal was abschauen von anderen Welten. In Hawaii zum Beispiel gibt es ja grobe Strukturen, die entstehen, wenn Magma an die Erdoberfläche kommt. Und der Basalt daraus ist ein vulkanisches Gestein, das an der Erdoberfläche erstarrt. So, der Vulkan spart das entweder mit Wucht völlig unkontrolliert aus mit Feuer oder er lässt es langsam herausquellen. So, die Hawaiianer jetzt sehen ihr Land, also ihre Inseln, nicht als persönlichen Besitz, sondern als Besitz der Götter, von denen sie ihr Land gepachtet oder gemietet haben. Und diese Götter haben das Recht, ihr Land jederzeit zurückzufordern und neu zu gestalten. Wegen Eigenbedarf oder was vielleicht. Das heißt, die Hawaiianer sehen diese heiße Lavamasse, die alles zudeckt, nicht als Akt der Zerstörung, sondern als Akt der Schöpfung. Würde es uns vielleicht auch helfen, wenn wir den Klimawandel betrachten als Akt der Schöpfung und nicht als Akt der Zerstörung? Vielleicht würde es uns helfen, wenn wir uns sagen, ach ja, das müssen wir leider alles den Göttern überlassen. Oder denen, die sie als Götter aufspielen. Guten Abend. Untertitelung. BR 2018